Vor kurzem nahm ich an einem Wochenendevent teil und daraufhin habe ich dann bei Frau Karin Günther dieses dreitägige Seminar bzw. die Sitzung gebucht. Ich habe also schon bei der ersten Sitzung gemerkt, dass das erstmal, nachdem ich die Augen geschlossen habe und sehr gelöst war und mich versucht habe wirklich zu konzentrieren, dass ich dann bis in die Fingerspitzen hinein ein Kribbeln gespürt habe und dass irgendwas mit mir passierte. Und es ging dann sogar so weit, dass mir eigentlich auch die Tränen unwillkürlich über die Wangen liefen, aber ich fühlte mich nachher sehr befreit. Das Wichtigste ist natürlich, für mich war das auch sehr an vorderster Stelle, dass ich mein Selbstwertgefühl, dass das wieder gestärkt wird und dass ich mich versuche bewusst in die Mitte zu bringen und immer zuerst mich als Person sehe und von mir, von innen aus, vom Herzen aus das auch spüren möchte, dass ich von innen nach außen lebe.